Arbeiten Sie mit den Emotionen Mit zunehmender Meditationspraxis erhalten wir immer mehr Eindrücke von den verschiedenen Elementen, die im Geist vorhanden sind. Aus buddhistischer Sicht ist der Geist im Grunde offen, klar und neutral. Zugleich lässt er aber auch Gedanken, Fantasien und Emotionen entstehen. Wir sollten nicht meinen, unsere Augenblicke des Friedens seien die guten und diejenigen Momente, in denen wir uns in Gedanken verlieren, die schlechten Meditationsphasen. Sie alle sind Bestandteil der sich entfaltenden Geistesdynamik. Was auch immer im Geist auftaucht, perfekt, denn genau das geht am betreffenden Tag in Ihrem Geist vor sich. Was im Geist geschieht Wenn Sie sich zu meditieren hinsetzen, bemerken Sie, dass ein ganzer Schwarm von Gedanken auftaucht, die Ihr Leben und Ihre Alltagsaktivität betreffen. Ungefähr so, als würden Sie inmitten einer städtischen Fußgängerzone, in der viele Passanten unterwegs sind, auf einmal anhalten und stehen bleiben. Vorher war Ihnen gar nicht aufgefallen, mit welcher Geschwindigkeit das städtische Leben abläuft. Nun aber, da Sie selbst momentan nicht daran teilnehmen, kommt Ihnen alles überwältigend schnell und betriebsam vor. Was die Wahrnehmung der eigenen Erfahrung anbelangt, werden Sie vielleicht ein ganz ähnliches Gefühl haben, wenn Sie sich am Ende eines geschäftigen Tages hinsetzen, um zu meditieren. Inmitten des Sturms legen Sie eine Pause ein. All das aber ist Bestandteil Ihres Geistes. Auch gibt es Phasen, in denen Sie zwar beabsichtigen, auf den Atem zu meditieren, jedoch in dem Moment, in dem Sie sich hinsetzen, gleich von einer Fantasie abgelenkt werden. Vielleicht schmieden Sie Pläne für einen Vortrag, den Sie demnächst halten müssen, führen in Ihrer Fantasie ein Vorstellungsgespräch an einem neuen Arbeitsplatz oder malen sich einen romantischen Abend mit einer Angebeteten aus. Und im Handumdrehen sind schon ganze Minuten verstrichen, ohne dass Sie überhaupt meditiert haben. Solche Fantasien gehören ebenfalls zur Dynamik des sich entfaltenden Geistes. Typische Gedankenketten Wenn Sie sitzen, lenken Ihre Gedanken Sie möglicherweise weniger ab als ausgewachsene Fantasien, die es tun. Sie haben vielleicht weitläufige gedankliche Assoziationen, bei denen Ihnen zunächst ein Gedanke in den Sinn kommt wie »Ich sollte mehr für meine körperliche Gesundheit tun«. Und dann denken Sie sogleich daran, dass Sie nicht gern ins Fitnesscenter gehen. Das bringt Sie auf jene Freundin, die Ihnen angeboten hat, sich als persönliche Trainerin um Sie zu kümmern. Bei der Gelegenheit kommt Ihnen in den Sinn, dass die Freundin sich mit einem Typen trifft, den Sie nicht mögen. Darauf stellt sich bei Ihnen ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit ein. Wenn Sie schon keinen guten Typen finden kann, wie steht es dann erst um meine Chancen? Und so weiter. Ihr Geist schwirrt in der Gegend herum wie ein Kolibri im Umkreis eines Zuckerwasserreservats. Er ist aufgeregt, allerdings fehlt ihm eine klare Ausrichtung. Dessen ungeachtet ist all das aber immer nur Ihr Geist. Angesichts all dieser verschiedenartigen Gedanken, die Ihnen in den Sinn kommen, wird die grundlegende Meditationstechnik mit Ihren drei Schritten, Gedanken als Gedanken erkennen, Sie mit dem Etikett Denken versehen und dann wieder auf den Atem zurückkommen, letzten Endes zeigen, dass die Gedanken sich auflösen. Entsprechend werden Sie wieder auf den Atem zurückkommen können, selbst wenn es länger dauert, als Sie gehofft hatten. Manche Gedanken werden jedoch möglicherweise noch subtiler sein, als Sie bisher erwähnten. Diese Gedanken könnten die Meditationspraxis betreffen. Unter Umständen werden Sie dasitzen und denken, mache ich das richtig oder mein Rücken tut weh oder atme ich normal? Solche Gedanken sind subtil genug, um wahrscheinlich kurz nachdem Sie aufgetaucht sind, wieder zu verschwinden, ohne dass Sie groß was unternehmen müssten. Eine bestimmte Art von Gedanken fällt unter den Sammelbegriff Emotionen. Mit Ihnen auf dem Meditationskissen zu arbeiten, bereitet uns besondere Schwierigkeiten. Emotionen treten in jeglicher Form und Größe auf. Letzten Endes aber ist jede von Ihnen immer noch bloß ein Gedanke. Allerdings ein Gedanke, hinter dem eine Menge Energie steckt. Manche Emotionen, beispielsweise wenn wir frisch verliebt sind, vermitteln unserem Körper ein Gefühl von Leichtigkeit und es kommt uns vor, als schwebten wir durchs Leben. Andere Emotionen, wie etwa Kummer, lassen uns zusammensinken, sodass wir das Gefühl haben, kaum aus dem Bett aufstehen zu können. Manch eine Emotion mutet leichtgängig und offen an, wie etwas, das einfach in unser Dasein tritt und dann wieder verschwindet. Bei anderen Gelegenheiten kann uns eine starke Emotion derart vereinnahmen, dass es sich für uns anfühlt, als würden wir von ihr wie ein Hund an der Leine herumgeführt. Bei vielen Emotionen der letztgenannten Art kann man nicht so ohne weiteres einfach nur Denken sagen und danach wieder zum Atem zurückkehren. Widerstreitende Emotionen Starke Emotionen, die auf dem Meditationskissen immer wieder auftauchen, zählen vielfach zu denen, die uns vereinnahmen. Mit der ihnen eigenen Kraft können sie den Geist auf einen wilden Ausritt mitnehmen. Dann sind wir meilenweit davon entfernt, im gegenwärtigen Augenblick zu ruhen. Solche festgefahrenen Emotionen werden im Tibetischen als Kläscher bezeichnet. Kläscher lässt sich mit verwirrte Emotionen oder mit widerstreitende Emotionen übersetzen. Bei solchen Emotionen haben wir, wenn sie auf dem Meditationskissen oder im Alltag auftreten, das Gefühl, dass sie uns auslaugen und die Energie entziehen. Nehmen wir zum Beispiel mal an, sie haben eine Auseinandersetzung mit ihrer Frau und können nicht aufhören, die Diskussion, die sie mit ihr geführt haben, im Kopf ein ums andere Mal wieder abzuspulen, was sie alles hätten anders sagen können oder was sie sagen werden, um zu beweisen, dass sie im Recht sind. Während sich das Handlungsgeschehen in ihrem Kopf abspielt, befeuert es nur die darunterliegende Wut oder Besorgnis. In dieser Spirale der Gewalt machen sie bis zu dem Punkt weiter, an dem es sich so anfühlt, als quälten sie sich selbst mit Negativität. Am Ende sind sie ausgelaugt und lethargisch, nicht länger in der Lage, mit ihrem Leben wirklich in Kontakt zu sein, geschweige denn, sich an ihm zu erfreuen. Um sich selbst keinen Schaden zuzufügen, müssen sie lernen, mit den Emotionen zu arbeiten. Zunächst einmal, wenn sie auf dem Meditationssitz auftauchen. Tipp Nicht ausleben, nicht unterdrücken, nicht verdrängen Etwas ganz Entscheidendes für unsere Arbeit mit den Emotionen. Wir verweilen bei ihnen und lassen dabei zu, dass sie über uns hinwegziehen, wie eine Wolke über den Himmel. Weder leben wir sie aus, noch unterdrücken oder verdrängen wir sie. Vielmehr erkennen wir in ihnen kraftvolle, letzten Endes jedoch kurzlebige Gedanken. Was bedeutet das aber, wenn es darum geht, vor anderen Menschen oder im Umgang mit ihren Alltagsangelegenheiten an den Emotionen zu arbeiten? Vermeiden sie es, gleich auf jeden Impuls anzuspringen und im Sinn dieses Impulses in Aktion zu treten, um dem nachzukommen, was ihnen die jeweilige Emotion gerade abverlangt. Nehmen sie beispielsweise, wenn ihre Ehefrau bzw. ihr Ehemann wütend auf sie ist und sie daraufhin spüren, dass sie ebenfalls wütend werden, unbedingt davon Abstand, die Wut auszuagieren und in ihrem Verhalten dem Partner gegenüber eingefahrenen Gewohnheiten zu folgen. Uns dabei zu ertappen, wenn wir uns festfahren oder bereits festgefahren sind, das ist die aus unserer Meditationspraxis erwachsene Grunddisziplin. Falls sie sich in einer Fantasie verfangen haben und ihnen das bewusst wird, sagen sie, aha, ich sollte wieder beim Atem verweilen. Von dem gewohnheitsmäßig vorhandenen Impuls der jeweiligen Fantasie nachzuhängen, lösen sie sich und sind stattdessen diszipliniert genug, sich die Anleitungen zum Verweilen bei der Atmung in Erinnerung zu rufen. Wenn sie im Alltag feststellen, dass sie von Emotionen vereinnahmt werden, wird sich solch eine Disziplin mit der Zeit auch abseits des Kissens bemerkbar machen. Anstatt den Emotionen nachzugeben, lösen sie sich aus der Situation oder reagieren jedenfalls nicht auf eine gewohnheitsmäßige Art und Weise. Das kennzeichnet Entsagung. Entsagung Durch die Kultivierung solch einer Entsagung dämmen wir die Emotion weder ein, noch verdrängen wir sie. Chökyam Trungpa, wegweisender Lehrer des tibetischen Buddhismus, hat es folgendermaßen formuliert. Mit Entsagung ist hier gemeint, dass wir jene ausgesprochen hartschalige und zählebige sich jeder Sanftmut, die in unser Herz gelangen könnte, verwehrende Aggressionsmentalität überwinden. Weder verfallen sie vorschnell in eine extrem wertende Haltung, in der sie sich beispielsweise sagen, »Du Trottel, solche Gefühle solltest du nicht haben« und angesichts der Kraft, die solch eine Erfahrung innewohnt, das Weite suchen. Ebenso wenig aber bagatellisieren sie die Emotion und tun so, als sei sie nicht vorhanden. Vielmehr machen sie sich die Disziplin aus ihrer Meditationspraxis zunutze und bleiben mit ihrer Aufmerksamkeit einfach bei dem, was ist. Selbst wenn es eine emotional schwierige Erfahrung sein sollte. Ein derartiger Umgang mit den Emotionen im Alltag geht auf die innere Praxis zurück. Auf die Art und Weise, wie wir auf dem Meditationskissen mit ihnen arbeiten. Tag für Tag, Praxissitzung für Praxissitzung, üben wir uns darin, mit der Energie einer Emotion im Sinn einer transformierend wirkenden Erfahrung umzugehen. Zusehends lernen wir unser emotionales Wohlbefinden besser kennen und begreifen. Was auch immer auftaucht, sei es eine Emotion wie Liebe, die üblicherweise als gut angesehen wird, oder eine als schlecht angesehene Emotion wie Kummer, ist lediglich eine Widerspiegelung des eigenen Geistes. Allmählich lernen sie. Es ist nicht nötig, sofort aufzuspringen und mit der Person zu sprechen, die Anlass ihres Kummers ist oder in die sie verliebt sind. Und ebenso wenig müssen sie den Kummer oder die Liebe abwirken, weil sie etwas Beängstigendes an sich haben. Sie können einfach sitzen bleiben. Einfach dabei verweilen, indem sie das Augenmerk weiter auf den Atem richten. Welche Emotion auch auftauchen mag, bleiben sie dabei. Das ist ihre Praxis. Oft spreche ich mit Leuten, die sagen, das sei ja alles schön und gut, aber ihre Partnerin oder ihr Partner habe sie gerade verlassen und bei dieser Emotion des Kummers könnten sie nicht verweilen. Das sei einfach zu viel. Ich habe, und zwar aufgrund eigener Erfahrung festgestellt, häufig meinen wir keineswegs, dass wir nicht beim Kummer verweilen können. Vielmehr meinen wir, dass wir uns in den Geschichten rund um die Emotionen verheddern. Setzt man sich zum Meditieren hin, dann kommt der Geist nicht gleich ohne Umschweife zu Oh, mein Herz! Und wenn doch, dann allenfalls für einen Moment. Wir sind da so empfindsam, dass es uns schwerfällt, dabei zu verweilen. Deshalb wartet der aufgewühlte Geist hier mit den abstrusesten Schlenkern auf. Ich habe gedacht, alles laufe gut, aber zwischen ihm und seiner Ex gibt es noch einige ungeklärte Dinge, gar keine Frage. Oder ihr ist die Karriere viel zu wichtig. Nie würde sie sich wirklich häuslich einrichten und eine Familie haben wollen. Welche Möglichkeiten sie auch anbieten, genau da wird die verwirrte Emotion sie packen und sie über die mit der Emotion einhergehende mentale Geschichte auf eine längere Reise durch die Gedankenwelt mitnehmen. Sich von der Geschichte lösen Mein Rat für jeden oder jede, der oder die sich in solch einer Situation befindet oder für jemanden, dem ein ähnliches Bauchgefühl zu schaffen macht, lautet, streichen Sie die Geschichte, lösen Sie sich von ihr, ein ums andere Mal. Unter der Geschichte liegt die unverfälschte Emotion, die man sich unbedingt ansehen sollte. Je mehr Sie bei dieser Emotion bleiben können, umso weniger verwirrt oder verwirrend wird sie sein. Und je mehr Sie bei ihr verweilen können, umso kurzlebiger und flüchtiger wird sie sein. Im Grunde gewinnen Sie auf diese Weise einen tiefer gehenden Zugang zum eigenen Körper und lernen, bei dem zu sein, was ist und nicht bei dem, was sein könnte. So wird aus, warum hat er oder sie mich verlassen? Möglicherweise, wo stecke ich fest? Oder ist diese Emotion in Bewegung oder ist sie starr? Oder ist sie groß oder klein? Indem wir beginnen, der emotionalen Erfahrung neugierig auf den Grund zu gehen, untergraben wir ihre Macht über uns. Wir praktizieren GOM. Auf eine tiefgreifende und bedeutungsvolle Art und Weise werden wir mit uns selbst vertraut. Diese Praxis, das Arbeiten mit den Emotionen, zeigt uns, dass Emotionen kein Hindernis sind und man sie auch keineswegs vermeiden oder verdrängen sollte. Uns dienen sie als Methode, um mit Körper und Geist besser in Kontakt zu kommen. Wir lernen, bei den Emotionen zu verweilen, mit Sanftmut und Wissbegier. Dabei brauchen wir keinerlei Wertung vorzunehmen und nicht zu denken, die Emotionen seien ein Hindernis für die Praxis. Indem wir genaueres über sie in Erfahrung zu bringen versuchen und die Geschichte, die mit ihnen verknüpft ist, beiseite lassen, erfahren wir mehr über uns selbst. Und wir erhalten einen Vorgeschmack von der Weisheit, die dort unter der Schicht der begrifflichen Vorstellungen liegt. und das in定 une Vorgeschmack von der Weisheit, über sie